Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meiner allabendlichen, wollte ich gerade sagen, aber es ist ja immer nur Freitagabend, meine Kurzmeditation. Ich habe mir die Woche viele Gedanken gemacht, zu welchem Thema wir eine Meditation machen und habe mir dann ein Thema rausgesucht, was für jede Mama unglaublich wichtig ist und was ich seit der Corona-Zeit auch vermehrt für mich umgesetzt habe bzw. vermehrt gemerkt habe, wie wichtig das eben ist. Nämlich es geht darum, gesunde Grenzen abzustecken, gegenüber den Kindern, aber auch gegenüber jedem anderen Menschen. Und in dieser Meditation wird es sich genau um dieses Thema drehen, gesunde Grenzen abzustecken, weil, wenn man starke Grenzen hat, dann ermöglicht es deinem Herzen ungehindert zu singen, frei zu sein. Du bist in Sicherheit und es steht dir frei, dich so auszudrücken, wie es dir gefällt und es steht dir frei, dich gut zu fühlen und so geliebt zu werden, wie du bist. Und darum wird es in dieser Kurzmeditation heute Abend gehen, um deine Entspannung, um deine Liebe zu dir selbst und um gesunde Grenzen abzustecken. Wenn du soweit bist, dann suche dir einen ruhigen Ort, sorge dafür, dass du in den nächsten Minuten nicht gestört wirst, gib den Menschen Bescheid, mit denen du zusammenlebst, schalte die Klingeltöne an deinem Handy aus und dann setze dich bitte diesmal bequem hin und komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Und atme wie immer zu Beginn tief in den Bauch ein, halte die Luft kurz an und Atme lang wieder aus. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen, die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Atem. Konzentriere dich auf deinen Atem, so wie er gerade ist. Und schau mal, ist dein Atem gerade ruhig und gleichmäßig oder ist er schnell und angestrengt? Beobachte für ein paar Augenblicke nur deinen Atem und achte darauf, ob er damit übereinstimmt, wie du dich seelisch und körperlich gerade fühlst. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und einfach lauschen und in den Körper hineinspüren und den Atem ungehindert fließen lassen. Und werde nun stärker in deinem Sitz. Also reck den Scheitel höher zum Himmel, mach die Schultern breiter, öffne dadurch den Brustkorb weiter und spüre, wie dein Gesäß fest mit dem Boden verwurzelt ist. Und wieder stetig ein- und ausatmen, den Körper spüren, aber nicht bewerten. Während der Meditation gibt es kein richtig oder falsch. Wir werden nicht, was wir wahrnehmen. Und ich habe nun drei Mantren für dich. Die kannst du laut oder leise mitsprechen. Wenn du sie jedoch laut mitsprichst, dann sendest du eine ganz kraftvolle Botschaft nach außen. Eine Botschaft, dass du es ernst meinst mit dem, was du jetzt gleich sagen wirst. Unser erstes Mantra lautet, ich sage nein zu Dingen, die mir nicht gut tun. Ich sage ja, wenn sich etwas gut anfühlt. Ich sage nein zu Dingen, die mir nicht gut tun. Ich sage ja, wenn sich etwas gut anfühlt. Atem einmal tief ein und aus. Und hier kommt unser zweites Mantra. Ich ziehe gesunde Grenzen um mich selbst. Ich ziehe gesunde Grenzen um mich selbst. Ich ziehe gesunde Grenzen um mich selbst. Und wieder tief ein- und ausatmen. Und unser drittes Mantra lautet, ich investiere in Beziehungen mit Menschen, die mich so lieben und respektieren, wie ich bin. Ich investiere in Beziehungen mit Menschen, die mich so lieben und respektieren, wie ich bin. Und noch einmal tief ein- und ausatmen. Und nimm wahr, wie gut es sich angefühlt hat, diese Aussagen vielleicht sogar laut auszusprechen. Und falls du sie im Stillen gesagt hast, dann nimm wahr, wie sie von jeder Zelle deines Körpers aufgesaugt wurden. Du sitzt aufrecht und deine Haltung ist kraftvoll und voller Energie. Du strahlst positive Schwingungen aus. Und nun geh noch einmal mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Und lasse jetzt bei jedem Ausatmen ganz bewusst los. Atme ein und lass los beim Ausatmen. Einatmen. Einatmen. Loslassen. Einatmen. Loslassen. Und nun wird es Zeit, ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Wiederhole diese Meditation gerne für einen gewissen Zeitraum täglich, damit sich die Mantren in deinem Unterbewusstsein festsetzen können. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Atme noch einmal tief in den Bauch einem frische neue Energie auf. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Und spüre für einen Moment noch dem Gefühl der Entspannung nach. Horche für einen Moment noch in dich hinein. Wie fühlst du dich gerade? Welche Gedanken kommen dir gerade? Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Abend. Ich hoffe, diese Meditation hat dir Freude bereitet. Wenn das so ist, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.